Über diese nennen wir festgefahrende Situation. Die Polizei könnte jetzt einfach gehen und wir könnten weiterlemmen uns zu werden. Verstehen wir uns hier vorne so eine Art Armee gegenüber. Der andere Teil steht mitten in der Demo, was diese Strategie soll sich zeigen. Es gibt, das sage ich nochmal, ich weiß ja nicht, was da auf den einzelnen Policisten erzählt wird, die da jetzt so elthaft stehen. Es gab absolut nicht den geringsten Anlass für diese martialische Eskalation seit der Polizei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.